Was soll das, Mann? Wieso machst du Scheibenwäsche an? Alter, die ganze Suppe abbekommen. Schön auf den Helm. Fick dich. Ich bin auf dem Weg zu Luisa und ja, Kamera an, alles läuft, ich hab Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Alter, ist das zu warm, ey. Oh mein Gott, was ist denn hier für ein Stau angesagt? Ist ja mal wieder typisch für Bocker zuhause. Was liegt denn da? Well. Das ist immer hier der Stau. Hier endet die Autobahn, die A30. Äh, Quatsch. A33. Peinlich. Hier endet die A33 und deswegen staut sich das, weil alle von der Autobahn abfahren und so. Ja, Stau des Todes. Ja komm, was geht denn bei dir? Was machen die denn? Achso, da ist auch noch einer vor. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Was ist das warm? Visier auf. Oh Mann, hört grün. Jawoll. Und die nächste Ampel. Das sieht doch nicht aus, als würde ich hier warten, ey. Zack, zack, zack. Soll das, Mann? Wie machst du Scheibenwäsche an? Alter, ey. Die ganze Suppe abbekommen. Schön auf den Helm. Alter, solche Leute, Mann. Fick dich. Das ist irgendwo ein Alarmalager an. Wie geil. Ha. Der Knall hat es in sich gehabt. Wow. Alter, das Auto war demoliert. Von der Feierabend her abgeholt. Der war, der war dezent. Total schaden, glaub ich. Ja, schau mal, was da kommt. Da kommt ne Duke. Was geht? Ja, ja. Ach, der war ein Fahrschüler. Er hat ganz schnell seinen Arm gehoben. Er hat ganz schnell seinen Arm gehoben. Wie geil. Ich sehe nur das Fahrschülerauto dahinter. Geil, Mann. Er hat ganz dezent seinen Arm gehoben. Aber der hat sich keine Warnweste an. Kann es sein, dass er in der Prüfung war? Das wäre der aber witzig, wenn er in der Prüfung war. Am besten noch meine Videos schaut. Und sich dann im Video selber sieht. Das wäre witzig. Naja, warum fährt er mittig? Der Typ vor mir, der gerade die ganze Zeit mittig fährt, der ist bestimmt locker an seinem Handy. Zack, abbremsen und drange vorbeischlingeln. Zack. Zack, easy going. Oh, no. Oh, no. Musik So, ich fahre jetzt mit Luisa weiter. Hier beende ich den Motorvlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Meine Lederkombis auf, ich weiß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten. Tschüssi.